Äh, Spielaufnahme. Fails. Kamera müsste schon am richtigen... Ja. Achso, warte mal. Einmal Musik kurz ausmachen. Weil das Intro dürfte ihr ja nicht hören. Da hat die Firma ja was dagegen, dass man das macht. Ja, deswegen darf man leider die Opening-Musik nicht streamen. Weil ich hab's zwar beim Allererst-Mal gemacht, aber da hab ich reingequetscht. Ähm, weiterspielen. So. Mauszeiger? Achso. Äh, die, 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 die. Blitz. So, wieder kleine Warnung. Keine Sub-Alerts in den Sprachsequenzen. Außerhalb der Sequenzen könnt ihr Vollgas geben. Ist die Musik so mega gut? Ja. Bestimmt. Die Musik ist echt gut. Aber leider geht es nicht. Ich muss mich leider an die Dinge halten. Ansonsten dürfte ich halt kein VOD machen. Das heißt, ich dürfte es sonst nicht für YouTube aufnehmen. Ne? Struggle. Das darf halt nicht als VOD hier zu sehen sein. Hallo Tag war anstrengend. Bis eben gepennt. Nachher noch kurz einkaufen. Aber so zu geht's. So spät musst du noch raus. Aber ich hoffe, du konntest dich jetzt ein bisschen ausruhen. Mir geht's soweit super. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich muss mich mal wieder leiser machen. Wenn das Sound für euch zu laut platzfrei ist, dann sagt es bitte mal. Ja, man sieht ja mal mega hot aus. Ja, ich habe mir beim letzten Mal den Witz ja gemacht, dass wir sie jetzt alle in den Badeoutfits... Ich meine, wir sind auf dem Schiff. Und deswegen dachte ich, jo, komm, machen wir weiter. Die Badeoutfits. Kannst du auch gerne noch einmal zeigen. Hier, unser Bademeister vom Dienst. Warte mal, ich muss den Dämonenschwanz einmal entfernen. Der stört da tatsächlich ein bisschen. Ja, der Herr Bademeister. Bei der Schwiegern passt das halt auch mit dem Schwänzchen. Das passt einfach. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber, jo, gib ihm. Ja. Das ist süß. Ich... Also bei manchen Sachen frage ich mich einfach nur... Warum? Warum? Also... Also wirklich nur, warum? So. Gut. Der Junge ist halt nicht so was... Keiner von denen, ne? Also Alfen geht ja noch. Also Alfen geht wirklich noch. Aber Duolim und Lo... Kein Kommentar. Einfach kein Kommentar. So. Da hinten hatten wir, glaube ich, oder? Wenn wir hier schon... Weiß es nicht. Ob wir hier hinten schon waren. Ne, scheinbar nicht. Okay. So, jetzt aber. Hallöchen. Jetzt muss ich einfach wieder in die Schwierungen reinkommen. Ich lasse mich jetzt mal mega spoilern, aber okay. Also eigentlich, die letzten Streams, das ist doch nicht allgemein. Rein theoretisch. Spoilern lassen. Rein theoretisch. Wenn man es genau nimmt. Ich kann halt gerade auf Kelz nicht verzichten, irgendwie. Zum einen dadurch, dass, äh... Endwalker, ja, jetzt verschoben wurde. Aber jetzt die Möglichkeit, das Spiel jetzt eventuell in der Zeit, die ich jetzt noch habe, zu Ende zu spielen. Auch wenn ich mir gern Zeit lassen würde, aber, ne? Äh... Warte mal, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich... Äh, so lautet es so. Äh... Da ist schon wieder irgendeine Tür. Also irgendeine Barriere. Was ist dieses Ding? Will ich es mir ein? Oder sieht das genauso aus wie das Ding im Reveal? Warte. Es besteht aus Astralenergie. Es könnte eine von... Etten... Meras Fallen sein. Ich kann diesen Namen bis jetzt noch nicht aussprechen. Mist. Also, was machen wir? Wenn ich die Astralenergie... Äh... Energie manipuliere, kann ich es vielleicht aus dem Weg räumen? Ein Versuch ist es wert. Ja. Wir gehen erst mal auf diese Seite. Bautzy knabbert wieder oben am Knochen. Also, was heißt am Knochen? Das ist so ein... Aus Leckerlis zusammengebauter Knochen. Also, das ist kein richtiger Knochen. Wir müssen da oben gerade nur rumknabbeln. Jetzt bucht er einfach am Schlüpfer eng. Ja. Machst du das sonst nicht, Maka? Das ist doch das normalste in der Welt. Das mache ich auch immer. Ja. Ne, meine Wutsche da noch und zwar. Ihr soll auch schön sein. Ne? Es soll sehr bequem sein. Ich frage mich da eigentlich eher, was hat sie da am Bein? Sobald wir vom Schiff runter sind, gebe ich denen wieder ihre Sachen. Okay, der Aufzug ist offline. Natürlich ist er das. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Notfall sind da. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie sowas besitzen. Gehen wir erstmal hier rein. Und es geht wieder rund. Na, Abend, Iron. Wie geht's? Bist du immer noch fleißig am Zoo bauen? Oder bist du am Fasten spielen? Entspannt. Okay. Bitte, ob das ich das Gefühl habe, dass ich gleich in einem Boss kommt, lande, wo ich sterben werde. Wie geht's da gut? Gerade schon Resident Evil Evolution. Muss ich auch noch weiterspielen. Wie so vieles. Wobei ich mit dem Spiel tatsächlich noch nicht ganz so klar komme. Okay. Ich versuche, meinen Sohn-Diebens freizustellen. Kannst du das für mich auch versuchen? Ich glaube, ich bin für das Spiel einfach zu blöd manchmal. Ich glaube, das wird eines der wenigen Spiele sein, wo ich mir vielleicht bei das Tutorial zu angucken würde. Weil irgendwie habe ich es doch nicht ganz raus, wie das zu tunieren soll. Oh, diese Votes, die muss gerade jetzt mit dem Knochenerf im Gange sein. Das sind wenigstens meine Betten, auf die man draufkommt. Wenn ich so an die letzten Betten denke, die wir gesehen hatten im Spiel. Die haben immer so einen Meter groß waren. Nein, kein Zauber. Ich bin dieses. Ich muss echt schon, dass man so aufs Geld achte. Ja, und genau das ist mein Problem. Ich bin irgendwie immer ohne Geld. Ich weiß nicht, in Jurassic World schaffe ich jedes Mal pleite zu gehen. Ja, ich habe so nicht ganz den Raum, das mit dem Geld da Haus zu halten. Wobei bei Planet 2 hat es auch Ewigkeiten gedauert, davon ganz abgesehen. Das hat auch nicht von Anfang an geklappt. Da ist ein roter Ritter. Da ist ein roter Ritter. Mh, die... Bh! Nein! Schau mal, wie komme ich dahin? Mussten die hier alles so verwie- Uh, wir haben Orangen Kerrys bekommen. Müssen die hier alles so verwinkelt entstüncht? possibility Und findet du keine Saue zu sich zurecht hier. Oh, wir haben mehr als genug Rand gefunden. Und dann müssen wir wieder in die eine Stadt zurück Stimmt ja, wie er mich schnell reibt Ich wechsle wieder zum Zoo Mach das Iron Ja, vielleicht so müssten wir die Tage auch mal weiterspielen Würde ich zumindest sagen Sollten wir zumindest mal Zumindest mal machen Weil wir hatten ja nur ein Zoo angefangen Und dann würde ich mal gucken, dass wir da demnächst mal weitermachen Das ist aber nur nicht, weil ich es schaffe Letzter Raum Ach, das ist ja wieder einer von diesen Kicken, Metzen Die nahe Beweglichkeit braucht, bis man sie fertig hat Okay, aus, aus, aus Zaubern wirst du nicht Es läuft zumindest besser als, glaube ich, beim ersten Mal, wo wir so einen Tisch getroffen haben Braucht die einfach mal Wobei er auch nicht großartig dazu kommt, irgendwas zu machen, ne? Okay Wieso die untere Ebene? Ach ja Nein Unsere Ebene hieß es war ich weiß nicht was er in diesem knochen gefühlt vor allem erst hat er sags vor dem ding und glaube ich dass es der knochen ist kann auch ihr gewalt sein hoffe nur dass sie bald schon ablässt doch so minimal nervig richtung müssen wir dann will ich erst mal gucken was hier ist in hoffnung dass wir vielleicht geld finden Okay. Okay. Genau. Really, was ist weg? okay dann ist ja gut hätte sein können dass es da irgendwas unangenehmes war ich seh zumindest dass das mikro ausschlägt das ist nicht witzig das ist unheimlich dieser hund jetzt habe ich hier wieder die eckhafte exe ich mag es nicht ich mag keine exe so bei dora exe mag ich schon aber ich mag nicht diese exe ich mag keine exe ja das mag ich auch nicht nee exe mag ich auch nicht ich meine ich war keine exe exe nervt nee ich mag exe nicht zumindest komme ich nicht mit klar und könntest du bitte heilen könntest du bitte die güte haben hallo dora hallo mira ich hoffe es geht euch beiden gut ja da wo wir beim letzten mal aufgehört hatten mit unserem baywatch team genau ich konnte halt die ja dass ich musste ihnen diese kostüme geben aus gründen aus gründen musste ich es tun aber ich hoffe ihr beiden hat jetzt einen tollen wochenstart ich hoffe es geht euch auch soweit gut danke für den verschenkten sass an hellstrang vielen vielen lieben dank hallo lieber geschenkgeber mhm schlechten gründen guten gründen sehr sehr guten gründen ich meine die outfits sind vorhanden also muss ich doch die outfits auch benutzen mhm eik das ist einer der schlechten grunde nein gar nicht das ist einer der guten grunde das machen ist niedlich ja also jetzt finde ich halt echt mega mega hübsch aber wie gesagt von den frauen sind die ausfahrzeit echt mega ok von den kerlen wollen wir mal nicht sprechen ne von den kerlen sprechen wir einfach mal nicht das ignorieren wir ganz gepflegt so jetzt will ich ja mal gucken mehr objektfunde mehr objektfunde über die habe ich ja gar nichts ausgewählt die nach die 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 Okay. So eine Kiste. Dann ist dann eigentlich nur mal Zeit, den Käse rauszuholen. Oh, eigentlich immer, ne? Eigentlich immer. Mit mir darf man nirgendswohin gehen, ne? Also gut, jetzt. Ja, ja, hab ich schon verstanden. Am Sonntag. Am Sonntag. Ja, da ist dann wieder ganz, ganz normal. Wie immer. Endlich mal wieder. Nur ich glaube, statt... DVD hatten wir abgemacht, dass wir Phasmo machen, sofern... ...Iron da Zeit hat. Kaya da da ist. Und... Ne? Dann haben wir, glaube ich, noch genau einen Platz frei, meine ich. Weil ich glaube, Phasmo kann man zu viert spielen, ne? Ich hab Zeit. Sehr gut. Ja, wie gesagt, dann statt DVD halt Phasmo. Hybrid macht mit. Hybrid hat sich schon... ...elegant zurückgezogen. Glaube ich. Wer denn mitmachen will, kann er natürlich gerne mitmachen. Ich halte mich von ab. Wir können auch einfach losen. Oder jeder ist einfach mal dran. Wir machen ja eh drei Runden. Ob die Mods müssen mitmachen. Dann hätten wir ja... ...wieder Hybrid oder Luna. Weil Kaya muss... ...Kaya muss mitmachen. Er hat gar keine Wahl. Wir haben hier drei Mods. Also Reiz theoretisch. Reiz theoretisch, ne? Ein Mod... Also ein Platz ist dann aber frei. Wir werden sehen. Wie gesagt. Kaya und ich, wir haben keine Wahl. Doch hätten wir schon, wenn wir dem fernbleiben. Aber da ich sowieso streame, kann ich dem nicht entkommen. Ich habe das Spiel nicht. Das verbesserte Belastungsexperiment war ein Erfolg. Lord Ed... Er... Edmitrea wird sich sehr freuen. Die Landschaft ist von diesem Zeuge sehr eingetan. Fast das ganze Labor wurde wegen ihm gefeuert. So. Oh, die Arme. Die Arme Viecherste. Die Kiste muss man erst mal finden. Die Arme Tierchen. Jetzt der Leuchteritter. Jetzt der Leuchter. Ja. Ich bin der Leuchter. Freches Wo-Ti-Vel. Viel Spaß im Lökkaya! Verlauf dich nicht! Ich weiß, wie ich vom PC entfährt. Zettet Um das der! Bui ist das Pfeinfeld. Was, das Pfeinfeld. Was, das Pfeinfeld. Oh, das Pfeinfeld wird okay! Wir leben. Das war's. Das war's.